Hallöchen Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video und ja heute ist ein neues Video und zwar heute zeige ich euch zwei Dinge die man selber machen kann also aus Teilen die eigentlich jeder hat glaube ich ja fangen wir einfach gleich an los geht's so schauen die zwei Dinge aus ich zeige euch mal was es ist also ich habe mir einfach mal gedacht ja okay in der Paris brauchen ja auch Klo noch mal was zum Trinken habe ich halt gedacht ja also hier oben kann man halt trinken also hier ähm das rauskommt und da hinten die zwei Hebel die sind dafür dass man es ist äh kalt und es ist heiß warm also warmes Wasser das halt an so einem Gerät ist und dazu kommen wir jetzt da das ist so ein so ein Schutz für Klonen oder so falls sie sich mal hier hinten ähm verstecken müssen oder so halt damit sie halt nicht in die Beine oder so geschossen werden halt so als Schutz ja fangen wir einfach mit dem hier an und dann kommen wir zu dem fangen wir einfach ja nochmal von hinten so 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 fangen wir einfach los geht's ja also als allererstes braucht man so eins also davon zwei insgesamt die da stört man so schnell hat man so eins dann tut man hier oben das da hier hin so das dann hier unten und das auch da unten dann kann man hier den Hebel das ist das eine brauchen wir das da zwar von den zwei Farbe ist egal ich habe jetzt schwarz und einmal so genommen dann braucht man von denen eins so eins und von dem hier eins die hier so von dem hier so eins und dann halt von dem hier eins ja und dann halt noch von dem hier so eins so richtig hier ja dann braucht man wieder so eins aber die ist mal eine andere Farbe und zwar so so halt auch hier noch so eins jetzt gibt es die Hand hinter und so eins und die baut man halt so zusammen und zwar so schon so drauf so und den da hier ne andersrum so gehört das äh ja muss kurz einen Cut machen dann ist es fertig ja jetzt sind wir zurück und ja so guckt es dann aus so habe ich jetzt das so gebaut hier drin das da jetzt kommen wir zu dem Teil eigentlich auch das mache ich jetzt einfach hier vor der Kamera und zwar ihr braucht von ähm denen hier vier und halt auch von denen zwei hoppala zwei und davon eins dann baut ihr das hier so zusammen also das hier drauf und das zusammen können sie sich erstmal noch drehen schaut es so folgend aus zeigen so folgend ja dann tun wir das mal hier weg ein bisschen kommen wir hier dazu und zwar baut ihr das so ich baue das jetzt mal hier zusammen so warte ich mach es weiter hinten so hier die zwei dann dann kommen die zwei hier hin und der da kommt da der da kommt da kommen die zwei hier hin ja dann machen wir kurz so dann guckt es so aus ja und dann bauen wir das hier drauf kommt es hier da hin hoppala warte das hab ich falsch gemacht das muss so hin ja hoppala so und das da dann hier so jetzt ist es fertig ja dann kommen wir zum zweiten ja das ist es jetzt ihr braucht eins davon dann eins davon äh zwei entschuldigung zwei von denen dann warte ich mach das mal weg ein so eins ich glaub das ist ein 8er ja 2 4 6 ein 8er so eins eins von so einen schrägen aber alles grau wieder aus so eins das sind eigentlich alles Sachen die jeder hat eigentlich so eins ja dann bauen wir das so zusammen und zwar bauen wir hier vorne das drauf entschuldigung eins so damit hier zwei Lücken sind kann man perfekt hier sowas hier machen und dann das hier auch dann schaut das schon mal so aus das hier in die Mitte rein und dann kann man hier zur Dekoration noch so bestimmte Dinge hin machen sowas zum Beispiel so leicht ist das oder man kann auch so welche bauen davon hab ich zwei man muss nur die da nehmen und halt nur ein 6er von denen und denen aber trotzdem alles eigentlich gleich und ja gehen wir mal weg wenn euch dieses Video gefallen hat gibt einen Daumen nach oben und abonniert den Kanal und ja ich glaub dieses Video hat eine bessere Qualität als die anderen und ja Entschuldigung das war jetzt kurz ein Cut weil gerade was passiert ist und ja wenn euch dieses Video gefallen hat gibt einen Daumen nach oben und abonniert den Kanal und dann sagen wir mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal